Moin Moin und herzlich willkommen hier und zu mal wieder einer Folge Medieval Dynasty. Das Ganze hat natürlich einen tieferen Hintergrund und zwar, guck mal so, so müsste man es sehen, oben links in der Ecke Alpha 030, ja, im Beta-Test-Branch, wie ich es hier immer spiele. Was hat sich hier verändert? Ich zeige es gerade und zwar können wir das in der Technologie gucken. Ich glaube hier war es, ne? So, es gibt jetzt einen Pferdestall, ja. Wir sind zwar erst bei 4000 Punkten, das heißt wir müssen Pflügen, Ernten, Sämen, blablabla, ja. Aber wir werden heute schon mal hinschauen, gucken, dass wir hier dann auch in der Näherei große Pferdetaschen, Horse Saddleback, ja, das ist noch in Englisch leider, also Pferdetaschen und so weiter hinkriegen, so dass wir dann uns nach Möglichkeiten Ratzdi-Fatzdi in der nächsten Folge einen Stall bauen können, ja. Heute die Folge ist erstmal wieder so ein bisschen, um reinzukommen. Wie ich gerade sehe, mussten wir noch unsere Palisaden fertig bauen, wir müssen unsere Häuser noch aufwerten, also wir haben noch ein bisschen was zu tun. Jetzt sehen wir leider nicht, wie groß der Stall ist. Den könnte man vielleicht hier so in die Mitte packen. Müssen wir gucken, ob er da hinkommt. Was ist das hier? Soll das so sein? Wir müssen erstmal was trinken, sehe ich. Die Kinder stehen immer noch hier in der Gegend rum und warum haben wir keine Musik? Warum haben wir keine Musik, sondern nur Vogelgezwitscher? Ja, schön. Die Kuh steht bei den Hühnern drin, gefällt mir auch. Ja, genau so muss das sein. Okay, wie viel Geld haben wir überhaupt noch? Das müssen wir mal gucken. Hier, Alphons 1, the Greedy, der König. Hm, neutral, plus 0%, plus 0%. Ich weiß nicht. Es kommt mir auch so ein bisschen vor, ist die Karte größer geworden oder bilde ich mir das nur ein? Ich meine, die ist ein bisschen größer geworden. Ich habe die Frage, ob man da runter kann oder ob die dann noch erweitert wird. Zum Beispiel hier hinten. Weil das hier sieht mir schon so ein bisschen danach aus, dass da vielleicht noch eine Stadt hinkommt, dass da dann der König sitzt oder so. Keine Ahnung. Könnte ich mir vorstellen, könnte ich mir vorstellen. Wir werden sehen. So, bitte Wasser trinken hier. Was ist auch noch? Ich muss jetzt mal gerade gucken, ja? Warum haben wir hier Hauptmenü, Einstellungen, Sound, ist die Musik, tut die komplett hier aus? Nee, die ist auf 10%. Dann machen wir mal Accept Changes. Es ist lustig, dass hier einiges noch in Englisch ist. Mal gucken, ob wieder Musik kommt. Ich weiß nicht, warum keine kommt. Wir werden sehen. So. Wir wollten aber gucken, wie viel Geld wir haben, bevor ich hier wieder nur bla 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 mache. Dynastie, Reputation, Holz. Im Inventar haben wir das doch gesehen irgendwo, ne? Äh, da, 580. Hm. Hm. Hm, 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 hm. So, das heißt, für den Stall brauchten wir 5000 Punkte. Wir haben gerade 4000. Die Damen sind schon dran. Wir lassen hier mal den Platz für den Stall, ja? Wir können jetzt gucken mit der Technologie, ob wir irgendwo in der Näherei 1, gibt's doch bestimmt auch schon was, oder? Pferdesattel für 500 und einen kleinen. Das heißt, wir bräuchten 1000 Gold, um schon mal vorzubereiten, dass wir hier die Sättel machen können. Dafür brauchen wir Wollfäden, Leinengewebe. Oh Gott. Wir brauchen mal Leinengewebe. Machen wir das denn schon? Äh, Leinengewebe kostet 50. Können wir gerade kaufen. Bitteschön. Das machen wir aus einem Leinenfaden, okay. Dann ist das kein Problem. Okay, das heißt für uns heute, wir müssen... Ah, die Musik kommt. Jawohl. Wir müssen, ähm, Money produzieren und Sachen verkaufen, damit wir dann in der nächsten Folge direkt loslegen können. Und, nee, dann direkt den Sattel und eine Pferdetasche produzieren können. Auch wenn wir noch kein Pferd haben, ja? Aber es geht schon mal los. So, ist denn hier irgendwas drin, was wir verkaufen können? Da sind 50 Eisenpfeile, die können wir mitnehmen. Äh, na, 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 Rundholz 258. Da bin ich mal gespannt, wie viel das Pferd tragen kann. Ich glaube, am... Kommt mir das ein bisschen schwammig vor hier? Ich glaube, am großen Stand, ähm... Warte, Holzschuppen. Nein, hier war das so. Näherei, was haben wir hier? Der Kleine bringt... Plus 15 Kilo Gewichtsbeschränkung. Okay. Und der große hier, näherei 3, können wir ja noch gar nicht. Lash Horse Saddleback. Plus 45 Kilo. Das ist gut. Das ist gut. 20 Kilo, 10 Kilo. Also wir müssen echt mal Kohle machen. Wir müssen echt mal Kohle machen. Um den ganzen Käse dann zu kaufen. Der ist fleißig. Konnten wir hier noch irgendwas verkaufen? Wir müssen jetzt mal alles zusammenkratzen hier, dass wir wieder Geld kriegen. Verdorbenes Zeug. Preis 0. Bringt nix. Kohlsam. Wrong. Lehmbewurf 60. Der bringt... Aber der ist schwer, ne? 24,6 von 56. Das heißt, 20 könnten wir mitnehmen. Gucken. Akzeptieren. Jetzt sind wir bei 44. Okay, machen wir das mal bis 56 knapp. Gehen wir den einfach verkaufen. Wir kriegen ja ohne Ende. Jetzt müssen wir ein bisschen was wegtun. Was können wir denn wegtun? 0,08 bringt nix. Das Eisen da rein. Ja, das Eisen da rein. Da ist da halt ein Eisen drin. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zu Dagobert. Und schauen, dass wir dem unser Zeug andrehen können. Der hat ja immer genug Geld in seinem Geldspeicher. Also wie gesagt, heute die Folge ist dann einfach wieder, um so ein bisschen reinzukommen. Wir haben ja jetzt schon längere Zeit nicht mehr gezockt. Im LP hier. Auch hier werde ich so handhaben, wie bei Infected und wie jetzt bei allem anderen auch. Wir machen Folgen. Wenn die dann immer weniger und weniger und weniger geguckt werden und man nur noch so Fleißarbeiten machen muss, dann wechseln wir mit dem Ganzen in den Livestream. Ja, den wir ab sofort auch wieder hier auf YouTube Montag, Mittwoch, Freitag, 16.20 Uhr machen werden. Dass du Bescheid weißt. So. Machen wir so. Infovideo braucht man nicht. Jetzt diese Woche übrigens ist es dann Montag. Mittwoch, denke ich, können wir auch noch. Freitag werde ich dann sein lassen. Weil Weihnachtsfeiertag und so. Ich denke, da hat jeder was anderes zu tun. Als bei Edel im Stream zu hocken. Oder würdest du dir am ersten Weihnachtsfeiertag einen Stream angucken von 16 bis 20 Uhr? Oh nein, nicht die schon wieder. Wo ist mein Bogen? Hier ist mein Bogen. Komm her. Weile haben wir auch noch. Gut. Ausdauer. Ausdauer. Hallo. Danke. Funktioniert genauso wie bei Infected. Sehr gut. Nehmen wir das noch mit. Aber jetzt können wir nicht mehr sprinten. Sekunde mal bitte. Diese Nase da. Und jetzt ist die Musik schon wieder ein bisschen laut. Wir lassen das jetzt mal so. Ich gehe nicht wieder in die Einstellung. Okay. Ey, Dagobert. Lang nicht mehr da gewesen. Mal gucken, was hier los ist. Hat sich eigentlich das getan hier? Oder hat alles geblieben? Wir werden das sehen. Wir werden das sehen. So. Wo sind sie? Wo sind sie? Gucken. Adi ist wieder hier im Monty-Spinneratz-Bunker. Der Monty-Spinneratz-Bunker. Matilda. Hey, Matilda. Was hast du zu tun? Was du zu tun hast, weiß ich. Wir wollen nur gucken. Wie viel Geld du uns bringst hier. Oder wie viel Geld wir von dir bekommen. Für den Lehnbewurf. Lull. Drei Gold. Willst du mich verarschen? Das ist ja ja nix. Die Stroh kannst du noch verkaufen. Die Stöcke kannst du verkaufen. Die Steine kannst du kaufen. Das Leder kannst du verkaufen. Wir verkaufen uns alles hier. Die Fackel bringt 18. Die will ich aber behalten. Einfache Taschen. Fünf Stück können wir verkaufen. Ach ja. Wir können ja mit dem Leder. Können wir ja was anstellen, ne? Jetzt aber nicht. Okay, das heißt. Ah ja, unser Gold verdoppelt. Ich werde jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Genau. Ich will immer E drücken. Die Tür aufmachen hier. Voll infected. Geschädigt. So. Das heißt. Wir könnten jetzt schon mal in die Technologie gehen. Vorbereiten. Nähe Reihe 1. Wir brauchen ja auf jeden Fall einen Sattel. Gekauft. Wunderbar. Das heißt. 20 Leder. 6 Eisen. 16 Wolffäden. 10 Leinengewebe. Dafür bräuchten wir auch 10 Leinfäden. Dann können wir jetzt erstmal nach Hause gehen. Und gucken, dass wir unsere Schafe schälen können. Und so. Um die Ressourcen schon mal auf Seite zu legen. Und dann nächste Folge nur noch den Sattel bauen zu müssen. Vorausgesetzt. Wir haben genug Geld. Für ein Pferd. Ich weiß gar nicht, wo man das herkriegt. Und was das kostet. Wahrscheinlich wieder tausende von Münzen. Das heißt. Ich werde wieder pleite werden. Mal laufen wir richtig. Oder laufe ich falsch? Ah ne. Ist richtig. Okay. Ja. Wir brauchen noch viel, viel Geld. Wir haben Frühling. Das heißt. Wir könnten auch Beeren sammeln hier. Oder? Könnten wir. Collect. Okay. Ich sehe schon. Ich muss mal wieder eine Nachtschicht einlegen. Zwischendurch. Zwischen den Folgen. Ein wenig sammeln gehen. Beeren und den ganzen Käse. Da macht einfach nicht schnell genug die Pfeile. Das ist echt doof. Seitdem die so viel Federn brauchen. Ich meine. Es ist halt realistisch. Vorher war es wirklich zu einfach damit Geld machen zu können. Aber. Was soll's. Was soll's. Es ist ja Alpha-Beta für mich. Ich finde mittlerweile. Und. Da ändert sich nur einiges. Ah. Da sind wir. Schön. In Edetopia. Bögen die Palisaden hier. Da kam mir übrigens noch eine Idee. Das könnte man ja doppelt machen. Wir gehen mal hier hin. So. Wir gehen mal hier hin. Wir haben ja. Hier im Baumenü. Guck mal. Da finde ich den Bauhammer. Was war das nochmal. M-Karte. Technologie. Management. Äh. Ne. Mal raus. Ach. Q war das. Ne. Genau. Siehste. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr. Wo hier. Ähm. Crafting. Nein. Hier. Nope. Nope. Wo ist das denn? Wir wollen den Zaun. Oder ich will den Zaun. Hatha. Dann war es hier. Zäune. Und jetzt könnten wir noch so einen Steinzaun. Den wir gar nicht freigeschaltet haben. Den könnten wir noch. So klein hier vorstellen. Dann hätten wir es doppelt gemoppelt. Erst Steine. Dann Holz. Ach. Da hinten ist der Eingang. Ne. Das Tor. Wollte gerade sagen. Höh. Könnte man machen. Könnte man machen. So. Schere raus. Schuhe. Schere haben wir. Ziegel können wir nicht scheren. Nah, mein Kleine. Ich glaube die brauchen immer noch kein Futter und so. Da vorne ist das Schwein. Da hinten ist die Kuh. Wo ist denn unser Schaf? Da liegt es. Weiblich. Ist schon geschoren. Okay. Alles Chlor. Ach. Wir müssen doch noch Laternen bauen. Wir müssen noch Laternen bauen. Uiuiui. Mal lass mal gucken hier unten. Hat man das hier reingepackt? Hier ist nichts. Das weiß ich. Ich glaube das war alles hier hinten drin. Äh. So. In der Truhe. Wir haben zwei Wollfäden. Wir haben 21 Leinenfäden. Das heißt. Wenn ich die jetzt mal alle nehme. So. Gucke. Wir brauchen für den Sattel. Mehr bei eins. Brauchen wir. Zehn Leinengewebe. Das heißt. Gucken mal ob wir hier Leinengewebe machen können. Nein. Können wir das hier machen? Leinengewebe. 21. Machen wir mal. Dann können wir nämlich mal gucken. Ob wir. Auch das Leinengewebe für unsere Taschen brauchen. Das wäre mal interessant. Müssen wir dann gleich gucken. Wenn er hier fertig ist. Es ist schon faszinierend zu sehen. Wie man das früher gemacht hat. Oder wie es heutzutage auch noch in Dritte Weltländern gemacht wird. Teilweise. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. In unserer Gesellschaft. Wo alles von Maschinen übernommen wird. Aber das hier. Es sieht zwar sehr komisch aus. Wer es da rechts mit der Hand macht. Aber okay. So. Die zehn Leinengewebe haben wir jetzt schon voll. Und wenn wir die anderen nicht mehr brauchen. Dann können wir die nämlich auch schon wieder verkaufen. So dass wir Ratzdi Fatzdi Geld haben. Um dann zumindest schon mal den kleinen Rucksack. Obwohl. Doch. Wir nehmen erst den kleinen. Weil wir müssen auch noch die Näherei 3 freischalten. Dann wird ja eh wieder alles umgebaut. War mir gar nicht mehr so bewusst. Wie viel wir hier noch machen müssen. Aber gut. Es war halt so ein bisschen die Luft raus. Und man braucht dann eine Pause. Weil wirklich nicht. Und das ist alles nur noch Fleißarbeit. Nur noch Fleißarbeit. Aber jetzt können wir wieder ein bisschen weitermachen. So. 14, 15, 16. Haben wir alles da. Schwubbeldiwubbel. Hobbeldiwub. Dann können wir nochmal gucken. Wie weit wir beim Stall sind. Wir waren bei 4030 oder so. Und brauchen 5000. Also das ist jetzt kein Hexenwerk. Das sollte relativ schnell gehen. Kommen Sie her. So. 19, 20, 21. Ja. Wie lange brauchen wir eigentlich für einen? 5 Sekunden. Das heißt bei 20 sind es 105 Sekunden. 1,5 Minuten. Das überlebt man. Hast du jetzt überlebt, oder? Wo sind sie hier unten? Die Leinengewebe. 10 Stück lege ich mal rein. Bitteschön. 80 Gold. Dann kriegen... Nö. Dafür verkaufe ich die nicht. Das kannst du vergessen. Das kannst du... Da ist ein Strohhut drin. Nice. Was macht denn der Strohhut da drin? So. Das heißt... Ähm... Immer hier rüber gucken. Das Leinengewebe haben wir. 16 Wollfäden. Okay. 6 Eisen kriegen wir locker. 20 Leder. Wie viele Wollfäden haben wir? 2. Wow. Wow. Okay. Wir bräuchten mehr Schafe. Eisen und Leder haben wir das hier irgendwo. Eisen brauchten wir 6. Die können wir gerade hier holen gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Brennholz haben wir. Schon wieder 50 Eisenpfeile. Federn. Achte. Okay. Es ist halt blöd, dass du nicht so viel tragen kannst. Das ist ätzend. Da freue ich mich echt auf das Pferd. Wenn wir es denn dann kriegen. Uah. So. Die 6 können da rein. Das heißt, die haben wir jetzt auch. Die Wollfäden kriegen wir im Leben nicht zusammen. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir 20 Leder haben. Ist hier noch was drin? Ist hinten was drin? Leder, 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 Feder ist drin. Leder ist 58 drin. Kein Problem. So. 20. Können wir das auch schon mal da reinlegen? Das heißt, dann haben wir das Eisen haben wir. Das Leder haben wir. Das Leitengewebe haben wir. Wunderbar. Die Wollfäden kriegen wir nicht zusammen heute. Dafür brauchen wir definitiv mehr Schafe. Was fehlt jetzt noch? Also Leitengewebe haben wir. Schaffen wir nicht. Haben wir, haben wir. Es fehlen nur noch die Wollfäden. Es fehlen echt nur noch die Wollfäden. Na, das ist ja super. Das ist ja super. Fisch gut. Finde ich gut. Und du, Junge. Was ist mit dir los hier? Ah, lalalala. Wo kriegen wir denn jetzt ein paar vernünftiger? Was heißt ein paar vernünftiger? Einen Haufen Federn her zum günstigen Preis. Inventar 19 von 56. Das ist relativ leer. Relativ. Relativ. Alles relativ hier. Wir wollten noch gucken, was der Pferdestall macht hier. War der hier? Nope. Fischerhütte haben wir schon. Ja. Bei weitem. 4.034. Wir brauchen 5.000. Ja, das wird für mich heißen, wieder jede Menge hacken. Aber erstmal Gold sammeln. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, wir brauchen auch so um die 2.000. Um. Was ist das hier? Kohl. Okay. Um Steuern zu bezahlen später. Das muss ja auch noch. Was sagen die Quests hier? Kann man da mittlerweile irgendwas tolles machen? Was will er hier? Kann ich dir bei etwas helfen? Papa, mir ist langweilig. Nimmst du mich mit auf die Jagd? Nicht jetzt. Ah, aha. Jetzt können wir auch mit dem hier, ne? Den ausbilden und so. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Das ist interessant. Gut. Dann erstmal wieder. Warte. Warte, warte, warte. Nein, geht nicht. Schade. Schnipp, schnapp, ab. Dann machen wir hier halt. Ja, komm, du bist geschoren. So, was wollte ich sagen? Genau. Dann wieder kurz zum Reinkommen erstmal. Erste Folge, ne? Haben wir jetzt alles für den Sattel gesammelt. Außer die Wollfäden. Die müssen wir dann noch zusammentragen. Ich werde jetzt zwischen den Folgen wieder ein bisschen Kohle sammeln. Soweit, so, dass mir das möglich ist. Und ansonsten sage ich. Ciao mit V. Bis zur nächsten Folge.